BigBlueButton – Einstieg in das Webkonferenzsystem und wie man Präsentationen verwaltet Das Webkonferenzfenster ist so aufgebaut, dass man oben die Webcam-Leiste hat und mittig eine Präsentationsfläche oder den geteilten Bildschirm. Man kann sich das Layout aber so zurechtschieben, wie man es haben möchte. Hierfür packt man die entsprechenden Elemente und verschiebt sie per Track & Drop. Man kann das Layout auch über das Plus-Icon und die Layout-Einstellungen ändern. In der linken seitlichen Leiste sind verschiedene Funktionen anwählbar, etwa der öffentliche Chat oder die Teilnehmerliste. In den öffentlichen Chat können alle schreiben und er ist für alle sichtbar. Nachrichten aus dem privaten Chat werden über rote Nummern angezeigt. Den privaten Chat nutzt man, indem man auf den entsprechenden Teilnehmernamen klickt. Unter dem öffentlichen Chat in der Kategorie Notizen befinden sich die geteilten Notizen. Hier können alle TeilnehmerInnen im Meeting gemeinsam schreiben, wobei der Name der AutorInnen jeweils für kurze Zeit zu sehen ist. In der Rolle Präsentator kann man unter Präsentationen hochladen verwalten, eine eigene Präsentation hochladen. Dazu wählt man die Datei vom eigenen Rechner aus oder zieht eine Datei in den Ablagebereich hinein und wählt oben rechts Hochladen aus. Die Datei wird nach einer kurzen Konvertierungsphase auf der Präsentationsfläche angezeigt. Jeder kann sich oben rechts im Menü Optionen den Vollbildmodus einschalten. Über das Icon unten rechts Präsentation minimieren kann die Präsentationsfläche ausgeblendet und wieder eingeblendet werden. Alle Arten von Präsentationen können annotiert werden. Über den Mehrbenutzermodus kann den Teilnehmenden das Zeichnen auf den Folien erlaubt werden. Man kann auch Folien gezielt entsprechend des eigenen Unterrichtskonzepts vorbereiten und TeilnehmerInnen darauf zum Beispiel annotieren lassen. Präsentatoren können Präsentationen auch mit enthaltenen Annotationen über den Chat verfügbar machen. Dafür im Menü Präsentationen hochladen verwalten, die entsprechende Präsentation anwählen und an Chat senden klicken. Die TeilnehmerInnen können dann die Präsentation herunterladen, indem sie Download anklicken. Auf diese Art lassen sich neben PDF-Dateien auch Office-Dateien und Bilder über den Chat verteilen.